moin exxsorten hier und willkommen zu meinem jahr atlas guide ssf atlas guide stalker sentinel atlas guide whatever hier oben in der ecke guckt euch an falls es noch nicht getan hat das ist nämlich das zweite video hier aktuell von einer komplementären videoserie vielleicht ich habe ein video gemacht wo ich über einen stalker sentinel strategie rede oder generell wie man es benutzt alle so eine infos drinnen quasi und der tree ist halt sehr kompatibel oder ist in der symbiose quasi mit dieser strategie mit dem stalker sentinel that being said tda das ist natürlich eher fokussiert das auf ssf also sprich hier ist nicht so ein wirklicher trade league fokus drin es könnte leicht variieren ich sage euch aber am ende wie ihr das ganze auch für trade league anpassen könnt nach euren bedürfnissen oder wünschen gegebenenfalls naja sprechen wir kurz über grand design bevor wir über irgendwas anderes auf dem tree reden was macht grand design basically grand design sagt aber nur hey alle kleinen notebooks also die ganzen kleinen notes hier nicht diese notables sind einfach nur noch travel notes bringen euch gar nichts mehr die bringen euch komplett kein bonus aber für jede einzelne note auf dem tree also für diese dicken notes nicht für solche keystones wohlgemerkt bekommt ihr ein prozent flat increased pack size was ist denn die implikation von der ganze geschichte sagen ihr habt eine normale map ihr ehrt euch eine map oder sowas die hat meistens so 20 prozent pack size plus minus 1 2 3 punkte wenn ihr das map gewalt oder habt generell eine sehr sehr krasse map geräuht dann kann ich auch mal richtung 30 oder 40 prozent pack size gehen mein aktueller tree der wirklich stark auf ssf geneigt ist wohlgemerkt hat glaube ich 31 prozent aktuellen kreis pack size sprich wir bekommen einfach die gleiche menge an monstern wie wir auf einer sehr krass geallt map oder eine wahl map finden würden und das sorgt dafür dass eure maps ziemlich ziemlich harte denselig haben sprich viele magic mobs viele rare mobs generell mehr möglichkeiten auch sachen wie beyond zu triggern wenn ihr beyond als mod auf der map habt ne all solche sachen spielen damit hinein und viele mechaniken scale auch vor allem mit dieser pack size zum beispiel breaches oder auch blight unter anderem jetzt vielleicht nicht immer die besten sind verloot aber warum genau das gutes kommen wir später dazu gehen wir mal über den tree rüber und erklären mal ganz kurz warum ich welche note blitz nehmen fangen wir unten an und das glaube ich die kontroverseste entscheidung im ganzen tree ich verstehe das durchaus ein prolific essence was mache ich mit einer essence note in einem pack size stream ganz einfach die sachen könnt ihr in trade einfach weglassen ich nehme die mit weil ich brauche viele essentielle das ist es vor allem für meine kraft ich bin aktuell dabei einen omnis schon immer noch zu fahren weil es immer noch nicht eins gehabt habe nach zwei wochen fahren und ich brauche die essenzen für meine attribute rings ob ich meine attribute items generell ich habe zwar einen guten bau hier der ist ziemlich nice aber es hat nicht der beste bau es geht noch besser und daraufhin wo wir hinfahren dementsprechend nämlich weiterhin essence ist mit auch hier wenn ihr trade spielt ihr könnt wahrscheinlich die ganze seite einfach weglassen obwohl ich immer noch stark empfehlen würde das sie mit stash mitzunehmen oder generell heißt notes ihr müsst heißt nicht spielen aber die coins 350 coins waren dann chaos aus sprich jeden stash den er aufmacht ist einfach direkt ein chaos und jeder blueprint den ihr findet ist an average zwischen zwei bis teilweise zehn chaos werte blueprints noch teurer die sachen sind cool dementsprechend nehme ich die mit wenn ihr zum beispiel sagt hey ich will aber die maximale pack size haben und ich scheiße auf alles andere dann könnt ihr auch einfach alle notables mit natürlich sind sachen hier nicht so gut wenn man die entfernt sachen wie expedition sind generell sehr profitabel auch im trade und das gleiche gilt für harvest oder auch legion sprich ihr müsst nicht wegnehmen ihr könnt es aber machen ich persönlich lasse die ja da vor allem bei sachen wie abyss und bricht hat auch eine taxis gehen dementsprechend würde ich mich einfach nur selbst ein bisschen blocken damit na ich meine ich kann natürlich halt brechen aber skype reinpacken aber ich finde sowas auf wesentlichen wenn wir immer natürlich sparen und da kommen auch später dazu weswegen ich zum beispiel auch sachen rein nehme die stream of consciousness ich brauche keine skype dafür ich habe generell 50 prozent more base chance das hier ist halt erhöhung der base chance diese zwei prozent sprich wenn ich sagen die blocke bekomme ich zwei prozent mehr base chance auf alle anderen mechaniken was sehr gut ist und ja deswegen spiele ich mal aus stream of consciousness ich finde es cool man kann es rausnehmen wenn man mit skype spielen möchte vor allem für trade spieler sind wahrscheinlich nicht so relevant das mitzunehmen das wird man wahrscheinlich immer rausnehmen eigentlich aber wenn man sagt hey ich habe die kürze nicht weil ich habe gerade angefangen ist die note absolut geil weil er einfach so viel mehr liegt mich an den ganzen sparen könnte und wir kommen aber noch liegt mich an expons gehen ein bisschen später ich gehe mal kurz mit anderen sachen rüber warum perp ich halt über sachen wie schwein scheint scheint auch ohne diese duration noten modifier hier das gleiche geht natürlich auch für harbinger ich block hier nehmen wenn man auf will ich das vielleicht auch wieder rausnehmen ich bin mir nicht sicher dann kommen wir zu notes ja relativ cool sind dann zb 4 prozent chance für den zackers grove wie gesagt auf jeder ssf halt hier ich brauche das halt aktuell fahre mich noch ein bisschen legion ich fahre noch ein bisschen breach deswegen sind die sachen drinnen die kommen später war auch wahrscheinlich wieder raus oder 4 prozent chance auf die ganzen expedition encounter mit june missions all solche sachen kommentäre notes die aber halt ja wo ich schon sagen würde die sind eher mandatory die wollt ihr auf jeden fall mitnehmen sind halt sachen wie das zum beispiel underground kingdom gibt euch eine chancen abyss zu contain per packstrikes das heißt wenn ihr den trees gilt wie meinen dann habt ihr einfach generell pro map eine 15 prozent additional chance auf dem abyss die base chance glaube ich 8 prozent mit dem wir werden es nur 10 prozent plus 15 sind einfach jede vierte map habt den abyss wenn wir jetzt noch hier reingehen die note hier oben die auch hat sehr kosteneffizient sind mit einer einzigen clever note in abyss the kingdom haben wir nun mal 100 prozent increased monsters die die abyss geben euch alleine ein zwei prozent exp gefühlt das ist insane und das einfach jede dritte vierte map ist huge am conscious wird das dann noch mehr werden also ich habe gefühlt einfach jede map in abyss oder jede zweite map spätestens dazu kommt auch sachen wie lightness legion wenn ihr eine abyss abyss bekommt die prinzipiell jetzt nicht unbedingt das beste ist was ich bekommen wollte deswegen scille ich auch aktuell nicht hier rein weil ich möchte einfach mehr abyss haben und nicht derzeit noch eine sub erlaufen obwohl die sub er auch viel ep gibt und geilen loot da unten ihr bekommt dann nochmal noch haben wir magic monster noch mehr real monster für noch mehr loot dafür noch mehr chancen halt zu generieren all solche sachen wegen ob es in die expedition sachen rein weil die helfen ja ich spiele auch hier wieder viel expedition sind nicht unbedingt notwendig die abyss sachen würde ich sagen sind schon eher notwendig haben wir noch sachen wie hier oben eine emblematic wir haben ja eh schon die erhöhte chance auf sachen wie legion oder wenn ihr mission of consciousness spielen solltet falls die arc and go bevorzugt was ich persönlich so nice finde aktuell können wir hingehen und sagen hey wir haben eine hohe chance legion zu spawnen und ich habe eine gute chance zu droppen dazu kommt noch das ist coole dabei wenn ihr mit centenars spielt und ihr habt legion rewards bei den dingern und die droppen euch legion splinters und können die auch als emblem block das ist huge wir können einfach halt emblems generieren ohne legion zu spielen das ist enorm und eine finde ich wichtigste notes flash bridge flash beach ist amazing wir haben hier auch mal noch mal increase monstens in die die halt sich multiplikativ hoch geht mit grant design und natürlich der der chance aber generell bild ist es von haben wir halt teilweise mal auch mal zwei bildes pro map all solche sachen natürlich halt wichtiger schweinert wiederheit synchronism und auch natürlich drunter power na also ich sagen sind sehr sehr geil und warum nehme ich schwein sie überhaupt mit war mit dem nerf zu headhunter oder halt dem nerf ich bin immer gemein dass es aber auch absolut op ist ich spiel mit ein inspired learning ich bin ssf spieler wenn glaubt vielleicht nicht aber ich habe ein inspired learning damit ist mein damage so enorm sobald ich ein rare pack kille es ist einfach nur ein disgusting ich verstehe nicht warum hat dann auf 30 ex rumschild versteht es nicht ganz aber naja ich hänge mich da nicht rein auf jeden fall die schwein notes sind ähnlich op ähnlich stark davon wenn man speed schwein bekommt bei aoi schweins mit harrod of ice die sachen klirn durch die ganze map ist bei euch gut auch hier wieder halt eine billige note um schnell auf zwei note zu kommen kommen wir zu den ja ja debattierbaren optionen auf dem tree zum beispiel sachen wie die hier oben sulfide infusion ich nehme es halt weil ich dadurch free sulfide generiere ich brauche sulfide um die delft zu pushen ich war glaube ich gestern rank 2 ranger oder sowas aber bin ich wahrscheinlich immer noch und ich würde halt gerne viel viel tiefer helfen die und spreche ich nämlich damit auch wenn es halt sehr teuer ist und es sind drei schwein und hier und das ist generell ein teurer preis wollt gucken dass eure travel notes zu jeder notable maximal so einen preis von zwei 2,5 travel notes haben pro notable in dem fall zum spiel haben wir hier 1 2 3 4 5 und dann halt zwei notables wenn ich die beiden skillen würde das wären 2,5 travel notes das ist okay vom traveling her und natürlich wollen wir jetzt nicht nur sagen hey ich nehme einfach nur notables mit ich kann auch hier unten rein gehen natürlich in sachen wie contest development ich nehme auch oft alva mit aber halt nicht immer und wenn ich nicht immer aber habe dann bringt mir die note aber auch nichts die anderen notes hingegen bringen wir was auf jeder map ich habe euch wieder mit dem harbinger cool dann ist der halt einfach jeder fiel mit dem harbinger boss meistens sogar öfters denn sachen wie heart of the growth wenn ich meinen t4 habe dann bekomme ich auch meinen fucking sacred blossom das nicht wahrscheinlich wieder mit wieder raus weil ich mein sacred blossom gespielt habe all solche sachen sind sehr sehr gut wir können natürlich an sachen rein zu geben wie das hier in contest development einfach nur um unsere pack size zu erhöhen das gleiche geht auch für die ganzen exile notes die sind by the way echt ziemlich stark vor allem mit centenal empowerment da habe ich auch in meinem anderen video hoffentlich erwähnt natürlich auch hier sehr cheap und das sind drei travel notes für zwei notables das gleiche geht für die hier unten die sache so die ich spiele halt nicht damit weil ich andere sachen im fokus haben muss wenn ihr jetzt spiel könnt ihr uns sagen hey ich kaufe mein sacred blossom ich gebe hier auf keinen fick ich nehme die dinge raus spart ihr euch drei note wird spart ich hier noch mal drei note wird finden nicht im essence geht spart ich hier noch mal vier vier punkte einfach wenn ihr die hat nicht mitnimmt all solche sachen und könnt hätten sowas rein zu gehen für noch mehr pack size das ist eure variationsmöglichkeit die ihr habt im trade wir können auch sagen hey ich fahre mit eid of words also gehe ich hier rein ich fahre mit geraten exakt deswegen mache ich das nicht weil ich die influence ähnlich spiele es gibt so viele möglichkeiten noch mehr pack size rauszubekommen aus grand design als ihr es ohnehin schon habt und wenn ihr halt mit oder mit ohne stream of consciousness spielt das ist natürlich eure wahl ich persönlich finde es gut weil ich gehe einfach hin ich kann eine map elken auf 70% quantity und 20% pack size bekomme dann eine karte raus die 55% pack size hat hat dann einen abyss, einen breach, legion, delirium mirror also ich habe eine map die komplett vollgestopft ist mit league mechaniken durch stream of consciousness und vollgestopft ist von maps mit monstern durch grand design ich over sustain allein mit der note super entspannt mit der maps obwohl ich halt nur diese diese zwei 15 prozent hier dinge habe es ist insane also es ist wirklich wirklich eine gute noble ihr solltet das nicht unterschätzen dass ihr diese kleinen sachen verliert klar diese kleinen sachen stacken sich auch mit der weile und es gibt viele gute note bürzen und solche und netwert 1 prozent chance auf so ein smart glass stash was auf mich wieder sehr gut ist oder eine prozent chance auf den harvest all solche sachen sind schon gut aber das ganze ist so oft für mich stream of consciousness wieder dementsprechend ich kann es euch noch mal ins herz legen einfach mal ein bisschen ich habe unten einen link verlinkt in der beschreibung halt für den poe planner könnt ihr gerne mal einfach einen tree planen ich habe meinen dort auch mal verlinkt den ich so generell geplant habe für sachen wie trade halt und kann man sagen hey ich experimentiere mal ein bisschen rum ich gucke einfach mal was ich so bauen kann ob ich halt wirklich coole sachen mitnehmen auch hier wieder hat ich kann das nur noch empfehlen valley of darkness ist ein echt cooler mod bei einem edition modifies mehr quantity auf den mobs das ganze mit centen ist dann wieder besser und so weiter und so fort ich brembe an der stelle nur ich hoffe es hat euch geholfen und der versteht warum ich das spiel warum ich den tree so gut finde es ist sehr entspannt damit zu spielen und das gibt euch einfach alles was ihr wollt für quasi kein investment ich könnte mit einfach allen geholfen sein fucking reich das ist in 10 vor allem wenn ihr den cent noch gut nutzt und coole sentinel reward modifier drauf habt und ja das ist jetzt guck dich unbedingt das video oben an zu einem central guide zu meiner stalker only strategy die da damit hier mit der sache extrem gut zu reagieren und wir sehen uns beim nächsten mal viel glück guten loot an euch und das ist der nächste bei 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 bei